So, er hat wieder Coops am Start. Oh, in 30 Sekunden haut er wieder ab, der Typ. Weiterarbeiten. Ja, eigentlich könnten wir so langsam auch abrücken, denke ich. Wir haben hier ordentlich abgecashed. Aua, nein, 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 nein. Oh, noch am Leben. Jawohl. Und die Tasche haben wir auch noch abgeliefert. Okay. Der Polizeivorstoß geht gleich weiter. Ich sehe auch gerade, wir haben gar keine Fluchtmöglichkeit mehr. Jedenfalls wird die nicht angezeigt. Aua, 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 Aua. Alter. Boah, die Flashes sind so hart in dem Spiel. Hat keiner Munition mit. Ich könnte echt welche gebrauchen. Oh. Es ist, äh, keine Munition, aber das nehme ich auch gerne. Ne? Viel Munition habe ich echt nicht mehr. Fünf für meine AK. Und 38 für meine Pistole. Und der eine hat doch Munition mit, äh, der Zug Kavi. Will er die auch mal abliefern, oder was? Okay, die arbeiten alle. Oh. Wo kommt der denn her? Oh, die Tasche ist fertig. Ich hole die mal. Ja, was ist ein Rumgeballer hier, ey. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Komm. Jawohl, Headshot. Okay, dankeschön. Ich glaube, jetzt darf ich aber auch nur noch einmal down gehen. Dann, äh, bin ich in Haft. Das wäre nicht so gut. Alter, ich habe nur noch 14 Schuss. Okay, ein bisschen mehr. Aber viel habe ich immer noch nicht. Ich treffe ihn nicht, Alter. Okay, du kletterst hoch. Das kannst du machen. Ja, Shitstorm am Marsch, Alter. Aua, 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 aua. Mach ihn weg! Ach, ja. Nein! Oh, oh, ah, 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 ah. Alter. Überall wollen sie mich haben hier. Ich will doch nur in Ruhe leben. Und reich werden. Ja, ich kann aber da gerade nicht hin. Ich habe äußerst wenig Leben und Polizei Verstoßes im vollen Gange. Okay, okay, in einer Minute ist er wieder da. Ich frage mich mal, ob wir den wieder abbauen können. Ja, eigentlich, unsere Zielvorgabe ist erfüllt. Eigentlich müssten wir uns verdrücken können. Kann sein, dass ich da irgendwas nicht mitgekriegt habe. Aua. What the fuck? Okay, in 30 Sekunden ist er da. Ich würde die beiden Taschen da eigentlich gerne noch holen. Ja, wir müssen dann vorsichtig. Wir wollen ja hier nicht drauf gehen. Ja, nice. Die Zeitvorstoß beendet. Oh, da wächtet die Sachen da. Arbeitet mal, ich glaube. Ah, okay, jetzt können wir abhauen. Okay, er ist fertig. Dann wäre ich ehrlich gesagt auch dafür, dass wir uns gleich verpieseln. Wollte ich ehrlich sagen. Ich hoffe, mein Team wird da mitmachen. Ach, warte mal. Lol, die Taschen müssen jetzt da hinten hin. Oh, fuck. Und wir haben die alle schon da hingepackt, Alter. Da haben sie uns ordentlich genudelt. Aber richtig. Und jetzt ist Polizeivorstoß. Eieiei. Komm, rein damit. Au, 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 au. Ei, 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 ei. Los, lauf, Alter. Lauf. Ganz ehrlich, ich bin dafür, dass wir abhauen. Okay, Rio Gamer tritt gerade bei. Oh. Medizin, Alter. Nice. Okay, dann könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen. Mit Medizin. Je nachdem, wie lange das hier geht, werde ich das, glaube ich, in zwei Videos da machen. Sonst ist das zu lang. Ja. Ist gerade nicht so leicht. LOL. LOL. Er hat ihn erschossen. Ich dachte, die würden die befreien. Aber er hat ihn eiskalt erschossen, Alter. Läuft bei ihm. Alter, kranker Typ. Er hat ihn eiskalt abgeknallt. Leckt mich am Arsch. Ich würde gar nicht wissen, was wir hier an Kohle zusammenkriegen. Konnte man das nicht irgendwie sehen? Mal sehen. Alter, über eine Million. Was? Was? Wo, 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 wo? Da. Tüte dien. Oh. Weiterarbeiten. So. Du gehst drauf. Lauf. Komm. Stirb. Aua. Lauf. Sprint hin. Ich bin schneller als du. Hehehe. Nee. Nee. Ich krieg die nicht. Ja, eigentlich könnten wir auch gut abhauen. Wenn wir schon hier stehen. Alter. Warum? Warum ballert der mit seinem Raketenwerfer? Ach, jetzt ist der wieder weg. Okay, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen länger hierbleiben. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr Kohle machen. Aua. Kurz in Deckung gehen. Schild wieder aufrüsten. Jawohl. Oh, er ist fast tot. Aber er hat noch ein paar Medikits dabei. Von daher kann er sich auch heilen. Ah, so langsam gehen uns auch die Leute hier aus. Den hier haben sie auch befreit. Oh. Ja, aber hör auf damit. Meins. Wir haben nur noch zwei Leute. Ursprünglich waren es mal vier. Aber naja, dann haben wir ja auch eh etwas, was uns hier nicht mehr so lange hält. So, welchen mit dir? Munition einsammeln. Nein, ich muss nachladen. Arbeite weiter. Oh. So, den habe ich auch. Alter. Eine kleine Verschnaufspause hier jetzt. Dann kann man auch echt gut gebrauchen zwischendurch. Also zwei Leute haben wir noch, die für uns... Ey. Die für uns die Geschenke machen. Er hier und der oben. Da bin ich mal gespannt, wie lange die noch bei uns sind. Ich halte gerade mal die Augen auf nach diesen Gage-Paketen. Da kriegt man ja auch, äh, geile Extras, wenn man mehrere davon gesammelt hat. Alter. Ich habe geschossen wie ein Behinderter gerade. So, der oben hat aufgehört zu arbeiten. Geht aber nicht in Ordnung hier. Schön weitermachen. Da springen die raus, Alter. So, mach mal einen Abgang. 32 Schuss. Aber für die Pistole habe ich noch viel. Also munitionstechnisch bin ich wieder bergauf. Bin ich wieder bergauf. Bin ich wieder oben auf. Also ihr wisst, was ich meine. So. Da direkt weiterarbeiten. Alter, 1,178 Millionen am Payday. Leck mich am Arsch. Oh. Oh. Chill, 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 chill. Oh. Hi. In einer Minute ist auch wieder unser Freund da. Hui. Da ist er hingefallen. Aber ich bin gerade am Nachladen. Oh, gut. Äh, da schießt du einfach mal auf was anderes. Beziehungsweise auf jemand anderes. Aua. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hallo. Von wo krieg ich so viel Damage? Alter. Das hat wehgetan. Gehen wir schon mal ein bisschen in die Richtung hier. Denn der kommt ja gleich wieder. Okay. Wow. Jetzt ist er wieder da hinten, Alter. Sie wollten mich doch echt verarschen. Alter. Da ist ein bisschen was los. Da ist ein bisschen was los, ey. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Halt doch mal deine Fresse. Ich hab dich, ich hab dich. Oh, noch zwei Sekunden, Alter. Nein, 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 nein. Nicht mich töten. Nicht mich töten. Alter. Aua. Lauf, Alter. Lauf, lauf, lauf. Boah, das war ein bisschen knapp am Ende. Aber hat alles funktioniert. Hier, da. So, verarzt mich. Und ich wäre jetzt echt dafür, dass wir abhauen. Wir haben so viel Money hier zusammen. 1,3 Millionen. Da kann man jetzt mal abhauen. Ah, scheiße. Ich will den nicht zurücklassen. Hier sind eine Kuh, eine Gang. Aber ich glaub nicht, dass ich den holen kann. Den werd ich nicht holen können. Mein Team kommt ja auch nicht zur Hilfe. Na, dann, komm. Dann müssen wir abhauen. Hauptsache, er hockt hier hinten, Alter. Gut. Dann hauen wir ab. Pfff, Alter. Alter, guckt ihr euch an, was ich an Geld abgesamt hab, ey. 1,1 Millionen für das Offshore-Konto und fast 300.000 für Bargeld. Womit ich mir schöne Sachen kaufen kann. Alter, 26.000... 26.000, äh, 26.000, ja. 26 Taschen haben wir rausgebracht. Holy shit, einfach nur. Voll nice. Da sind wir auch ordentlich aufgestiegen im Level, sehe ich gerade. Level 11. Level 12. Level 12. Alter. Level 13. Ähm. Ist ja gar... Bis wohin geht das noch? Alter, und es kommt noch 30.000 rauf. Leck mich am Arsch. Ey, guckt's euch an. Meisten aus der Gefechtsgesetze. Guckt's euch an, Alter. Ich bin am meisten aus der Gefechtsgesetze geworden. Aber ich hab die beste Präzision, die meisten Kills und die meisten Special Kills ein. Alles klar. Ja. Das war doch ganz erfolgreich. Ich berechne immer noch meine Erfahrung hier. Okay. Level 20. Ungefähr Level 20,5 sind wir. Holy shit. Shit. Da haben wir ordentlich abgecashed. Ich nehm mal die rechte. Mal gucken, was ist es? Waffenaufsatz wäre nice. Ja. Was? Für die Kommando 553. Ein Schienenhandgriff. Okay. Er hat 60.000 Dollar gezogen, kann man auch machen. Aber, ähm. Waffenaufsätze zu ziehen ist eigentlich wichtiger. Dein Geld kriegst du ja so durch die Mission zu Genüge. Aber die Waffenaufsätze kriegst du halt nicht. Die kriegst du erst, ähm. Wenn du die gezogen hast, dann kannst du die erst ausrüsten. Ich verabschiede mich hier jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es wieder ordentlich heißt hier abcashen. Was labere ich? Gut, ich, bevor ich noch mehr Scheiße da war, verabschiede ich mich. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.